Hallo liebe Musikfreunde, da sind wir wieder, Mitglieder der fröhlichen Blasmusikanten aus Kemmerswalde. Wir haben uns heute mal vor unserem Schauflugzeug hier bei Familie Hetze eingefunden. Ich stehe gerade vor der I-11-14. Wir möchten euch heute wieder einen Ausschnitt von einem Stück präsentieren. Dieses Mal haben wir uns den böhmischen Traum ausgesucht. Viel Freude! Musik 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 Musik